Hallo, ich bin Sue. Willkommen in meinem kleinen Atelier. Ich möchte dir heute eine kleine Illustration zeigen, die du mit mir gemeinsam malen kannst, wenn du möchtest. Denn der Herbst kommt, wir haben wieder Zeit drinnen zu sitzen und ich glaube, das sollten wir so richtig schön feiern. Dieser kleine Bücherstapel wartet nur darauf, von dir illustriert zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Die Vorlage findest du bei uns unten in der Videobeschreibung. Und jetzt lehn dich zurück, schnapp dir deine Farben und Pinsel und genieß deine Zeit im Herbst. Und jetzt lehn dich zurück. 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 Amen. 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 Amen.